Ein Jahr Döner kostenlos für dich! Doch, wenn du schaffst, 16 Brote in einer Minute zu craften... WTF? Oh mein Gott! Ey, wenn ich das schaffe, dann seh ich nach einem Jahr aber auch aus wie ein Döner! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Warte Mal! Da ist kein Weiß drin! Du musst selber das Feld nicht bauen! Nein, 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 nein! Doch, doch, doch! Das ist jetzt aber nicht dein Ernst! Aber dafür hast du Knochenmehl! Das schafft man nicht. Das schaff ich niemals! Wie viel Brote? 16 Stück! Junge! Junge, wie soll ich denn das in 60 Sekunden schaffen? Das schafft kein Mensch! 10 Sekunden, lasst ein Like und ablesen! Du hast noch 10 Sekunden! Was? Nein! Nein, 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 nein! Du hättest geschafft, du hättest geschafft, wenn du dich jetzt... Ja, ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Aufgelaufen!